Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute sind wir bei der Glow. Das ist Lu, das sind alle meine Tänzer. Und wir gehen jetzt in die Artist-Lounge und die vloggen jetzt für euch. Und ja, cool, tschüss. Es ist richtig warm langsam. Langsam, was Grete spült mir. Nein, du machst es lockerer. Das Ding muss nach unten. So, Faye macht jetzt mit den Griechern. Und wir gehen jetzt auf den Gnau rum. Das ist die Bühne, wo wir nachher auftreten werden. Da dreht sich das raus. Im Spiegel einfach eine Kamera dreht. Oh mein Gott. Faye, Bonata, dein Faye und Teller. Fifi. Na, du bist so getroffen, bitte. Wie geht's dir? Ich kann nicht mehr, ich habe Hunger. Na, du bist so fetig. Na, du bist so fetig. Du bist so fetig. Musik 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 Freunde, der Auftritt ist jetzt fertig und ich bin tot, halbtot, nicht ganz. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön fürs Zuschauen. Morgen ist es weiterer Glow-Tag. Hey, wo geht es jetzt hin? Hier, der zu Manhattan stand. Ich bin voll müde, aber ein bisschen scharfen. We were 13, going on 14, wishing we were 18, then we were 19, we were famous. We were 19, 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 we were 19 Ich hatte gerade den Auftritt und kann nicht mehr. Ich habe noch ein Meet & Greet, aber es wird cool. So Leute, das war's mit dem Vlog. Ich bin jetzt fertig mit meinem Meet & Greet und ich gehe jetzt nach Hause und bin sehr müde. Aber wenn euch das Video gefallen hat, gebt diesem Video einen großen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!